Hallo, es ist Tag 15. Ja, ich hatte die Idee, dass es vielleicht total schön ist, wenn wir mal so einen Blick in die Zukunft werfen, wenn wir irgendwie an dieser Stelle, ja, nochmal so 15.000 Tage sitzen. Das wären 30 Jahre. Aber ich bin ein bisschen zu alt für 30 Jahre, Walter, oder? Ich würde noch jünger aussehen. Du bist ganz gut getroffen, muss ich sagen. Aber du rieselst so ein bisschen. Halt, staubt ein bisschen, ist ein bisschen verstaubt, der Mann. Es ist so, wenn man so einen alten Mann hat wie ich, staubt es ein bisschen.